Schon lange hatte ich diese Aufnahmen auf dem PC, genauer gesagt seit 2019. Obwohl ich nicht zufrieden mit den Aufnahmen war, wollte ich euch nun trotzdem zeigen, was diese Arcadehalle so besonders macht, denn sie ist seit Ende 2019 schon geschlossen. Anathano Warehouse ist eine Arcade im Stile einer Dystopie-Stadt oder auch anders gesagt viele Stile des Cyberpunks. Das Ganze geht aber darüber hinaus, denn dieser Ort ist eine Darstellung der Kavloon-Stadt in Hongkong, die bis zu den 80er Jahren so existierte. Dies waren Slums mit hoher Anzahl an Prostitution und Gewalt. Da diese bis zu den 80er Jahren existierte, hat man in der Arcade auch Spiele implementiert, eben aus dieser Zeit. Ich mag den Flair und es war etwas Besonderes. Nur viele Leute sind eben nur hingegangen, um Fotos zu machen, weniger umzuspielen. Was letztendlich die Schließung bedeutete. Die Schließung sind die Schließung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, einem Abo und natürlich Support in den Kommentaren. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.